Ja, viel wurde darüber geredet. Wir hatten eine Maskenempfehlung bisher schon. Seit dieser Woche gibt es eine Maskenpflicht im Deutschen Bundestag. Auch ich habe hier ein paar schöne Exemplare immer dabei. Warum haben wir eine Maskenpflicht? Weil sich leider einige Abgeordnete sich nicht an die Regeln gehalten haben, einige Mitarbeiter. Und deswegen war es jetzt notwendig, auch hier durchzugreifen. Und insgesamt wissen wir, wie die Situation in Berlin-Mitte gerade ist. Leider haben wir viel zu hohe Infektionszahlen und deswegen müssen sich alle wieder an die Regeln halten. Ansonsten kriegen wir tatsächlich auch Probleme mit Quarantänefragen und wieder schwereren Erkrankungen in den Krankenhäusern.